Schönen guten Tag, guten Tag aus Bilsen, liebe Architekturliebhaber. Wir befinden uns heute direkt in einer Wohnung von Adolf Loos. Adolf Loos war ein sehr getrachter Architekt des Anfangs des 20. Jahrhunderts vom Bauhaus. Und wie Sie gut wissen, Bauhaus hat vor kurzer Zeit ein 100-jähriges Jubiläum gefeiert. Auch wir in Tschechien haben viele Denkmäler, wo man tolle Besichtigungstouren unternehmen kann. Und dazu zählen natürlich auch die drei Wohnungen von Adolf Loos in Bilsen. Adolf Loos hat damals ca. 13 Wohnungen für die reichen Unternehmer von Bilsen bauen lassen oder entworfen. Aber nicht nur hier. Adolf Loos hat natürlich auch die bekannte Villa Müller unweit von Pragerhut in Prag entworfen und bauen lassen. Und wenn Sie nach Tschechien kommen, Sie können auch mit Ihrer Gruppe eine tolle Reise mit Prag, Blühen und Bilsen machen. Und alle diese bekannten Denkmäler des Bauhauses und Interieurs und Bildern von Adolf Loos besichtigen. Und Sie sind natürlich herzlich ein Geraden. Bis bald bei uns. Bis bald bei uns.